Oh, Papa, siehst du diese PS4 dort? Kannst du sie mir bitte kaufen? Ach, aber natürlich kaufe ich dir meine Sohn. Hallo, hallo, eine wunderschöne guten Tag. Wie viel kostet denn diese PS4 dort? Ja, hallo, das wären dann einmal 150 Euro, bitte. Ui, so, das ist aber schon sehr teuer, meine Freund. Ja, schauen Sie mal, ich habe die Playstation erst vor einer Woche gekauft, also ist sie noch nagelneu. Hey, 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 machen wir so, 50 Euro und ich nehme sie gleich mit. Was? 50 Euro? Wir sind hier nicht auf einem ihrer asiatischen Straßenmärkte. Hä? Wie bitte? Ja, wenn Sie es für 50 Euro haben wollen, dann geht die zurück nach Asien, Sie Reißfresser. Ach, du mal, du kleine. Komm her. Wo bin ich? Wo bin ich? Was wollen Sie von mir? Reißfresser, sag du, ha? Ich gebe dir reißen. Ja, Papa, los, gib ihm, gib ihm. Okay, okay, sie haben gewonnen. Ich schenke Ihnen die Playstation, aber lassen Sie mich bitte frei. Sieht du, meine Sohn, so Muttu verhandeln auf die Flohmarkt. Wow, Papa, du bist so schlau.